so hallo und herzlich willkommen zurück so was wollten wir eigentlich machen jetzt ach so nein auch das erstmal annehmen was nein den malhof machen wir jetzt nicht nehmen wir jetzt nochmal den ich hasse dieses auto wie gesagt die grafik ist jetzt nicht mehr ganz so gut wenn ich es da runter stellen musste das haben wir hier warte mal ob es nochmal ins angefangen nein der köter hebt mich auf den sack da draußen meine fresse gucken wir mal was hinkriegen stimmt ja so kommen wir jetzt schon da ran wir müssen das da nein jetzt kommen wir ran so was haben wir jetzt zum kaufen vorderes domlager unterer querlenker b vorderer querlenker vorderer querlenker da haben wir schon mal den vorderes domlager schon können wir den einbauen tun wir die so ab so echt jetzt was war das jetzt so für zwei das können wir schon mal verkaufen und das das frontexhaus pipe b das eine abgasanlage abgasanlage und das kann man zwei mal auch das 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 Okay, richtig so. Äh, man muss da immer nennen auch gucken. Den müssen wir auch noch einbauen, Leute. Nein! Oh, kann der Köter mal die Fresse halten, nicht? Tut mir leid, Leute. Oh, das geht mit Tieres auf den Sack heute. So, jetzt gehen wir hier drüben hin. Kann man besser ran. So, was bauen wir hier? Koppelstange muss weg. Ah, Min. Ah, Min. Man nimmt die Schraube jetzt weg, so. Sag mal hier. Sabizato-Koppelstange vorne B. Vorderstoss dann von B. Und obere Querlenker. Oh, ey. Ich knall den Hundballer ab, ey. Wauw, ey. W- H- W- 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 richtig sind. Oberklarlenker. Okay, der ist schon mal richtig. Komm, ich sag mal vorne B. Vorne B. Zack. Na, minn. Foderas, du hast dein Papier. Foderas, du hast dein Papier. Foderas, du hast dein Papier. So, den dann, komm. Den verkaufen wir. Gleich. Einbauen. So, dann haben wir das auch. Hier zumindest. Das müsste alles gewesen sein. Oder das noch. So, jetzt geht's natürlich hier hinten weiter. So, die haben wir hier. Man kann nicht mehr hinterher. Gott, Mann. Den kann man so nicht ran. Okay, also. Ach, jetzt kommst du ran. Alles klar. So, was haben wir hier. Auspuffrohr, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer. V8. Auspuffrohr. Endschalldämpfer, V8. Mittelschalldämpfer. Ja. Ist natürlich richtig. Nein, hör doch mal auf mit dem Scheißrad hier. Das da werde ich einbauen. So. Hier haben wir keine Probleme mehr. Oder? Hier auf der anderen Seite. Kann man hier zusammenbauen? So. Andere Seite kommen. Wird noch was schaffen, Mann. So, was haben wir hier. Jetzt haben wir mal. Das was, äh. Warte, hier kommt. Jetzt. So. So. Jetzt. 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 Seh mal. Das. Nur. Was. Mal. Brauchen. So. Ach, vorne fällt ja noch was. Huch! So. Wir haben jetzt. Blatt, Feder, U-Bolzen. Kleine Lagerbuchse. Kleine Lagerbuchse. Kleine Lagerbuchse. Der Fäuer ist ein Fahrwerk, oder? Das ist doch Fahrwerk, oder? Da, man! Uuuu Soooo Mein Name ist heute so ein Ma-Pier Was ist das für mich? Nein, ich mache noch auf der anderen Seite. Und dann noch mal vorne. Das ist viel Arbeit hier. Kann ich das nur übersehen. Zusammen bauen. Was ist das für mich? Das ist ja vorne, ja. No. Spurstange und Lagerbuchse. Spurstange und Lagerbuchse. Lagerbuchse haben wir hier. Spurstange, da. So. Spurstange. Spurstange. Sprechen. 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 Guck mal, alles fertig, ich kann das Auto abgeben. Das mache ich noch, abgeben, so und dann ist die Folge schon vorbei, so, man sieht sich beim nächsten Mal, beim nächsten Part, haut rein und tschüss.